Naja Und da hat's ja auch schon wieder ab Aaaaaaah, lass mich doch mal zufrieden, Mäde! Ja Da gibt's noch mal sonst, aber die prägen wir ja nicht so oft, ehrlich gesagt Ja Aaaaaaah Nein Oh, ich liebe diesen Anzug Ja, toll! Aaaaaah, Mist Nein, nein, nein Jetzt zieht's er Aaaaaaah, meine E Aaaaaaah Letztlich so, ja So, ein Treffer kriegt so ab, aber mehr auch nicht Aaaaaaah So Das ist doch nicht So So Schaut ihn noch nicht, ob es den ersten kommt Nein Nein, 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 nein Das lässt du mal So So Na klar fällst du mir immer Nein, 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 nein Nein No Nein, 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 nein Ach jetzt står zu tun wir da auf Okay, jetzt kriegen wir so eine Giga-Kristalle. Nein, 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 das letzte Mal, bitte. So, die haben wir jetzt. Jawohl. Oh, das ist das, das ist das. Ah, stopp. Ah, das ist das, das war jetzt noch zu springen. So. So, okay. 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 So. So, okay. So, okay. So, okay. So. 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 . So. 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 die kann man immer gut gebrauchen jetzt gibt es ja zwei wege ich bleibe mal dahinter hinter den laser streue einmal gerade aus und einmal runterwärts aber ich glaube gehe mal ne wenn ich gerade aus gehe dann komme ich endlich weiter okay ja so weit ich gehe ja die leser streuen ja wenn man hier lang geht muss man sich verändern also so wechseln die gestalt wechseln und das können wir jetzt ja nicht und daher gehen wir jetzt hier in diese richtung ich habe jetzt wieder so heiß wir gehen wir zurück wir holen uns doch den so ein kristall ok war doch nicht viel sonderenergie gegeben wie ich gerade sehe aber ist aber ja ein bisschen mehr ja danke irgendwas hat mich jetzt getroffen aber ich weiß jetzt nicht was ich habe das irgendwie nehmt du hast da so die romein hier war ja weiter nichts ey wieso auf die leser streuen muss man die irgendwie abschalten aber vorwacht sich nur wo nein das war typisch klar ein Treffer hat man keine Chance hat mich zwar getroffen aber egal so jetzt muss man das Ding hier irgendwo ausschalten dazu muss man ein paar Jahre langlaufen nehmt den gleicher mit Joga ich glaube die müssen ja ausschalten vorher gibt's doch nicht so da hat mich doch wieder getroffen ach so du kannst was vergessen ich renne ja jetzt dunkle krumm und ist doch brauche ich brauche ich hopp so hm äh da rein in die Richtung ach so hä 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 ich glaube das ist mein nächster Weg da wo ich lang muss denk ich mal deswegen gehen wir erstmal hier rein wir nutzen hier ein paar Artefakte jo das ist unser nächster Weg wo wir lang müssen deswegen gehen wir jetzt hier rein gehen hier raus wupp und zusammen und zusammen ja und hier werden ok so so dann gehen wir gleich die Dinger mit so jetzt müssen wir auf die Laser warten und dann können wir dann gleich weiter ach so ok so aha der Laser hat den abgleich aus schön so so hopp ha 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 ziemlich windig dockers pass auf dass du nicht über Bord gewählt wirst so ja wenn wir denken wie weit oben wir sind dann ist das auch kein Wunder aber die haben wir einfach sehr gut so schön gebaut hier ja das muss ich auch mal sagen da kann man nichts sagen so ja viele Artefakte gibt es zurzeit nicht ja ha 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 hm nein 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 ich geh doch nicht runter nein hehehe Gottchen Hilfe oh oh ja ja und ich das das